Dann x Patron, 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 okay, ich bin gespannt, wo, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen heißt das Ganze, das klingt interessant, directed is by, Video is by, Produktion von Omelie, okay, Beat by Manju, das wollt ihr doch wissen, Master by Volker Gebhardt, auch länger nicht gelesen, den guten, aber freut mich auch, ihn mal wieder zu sehen. Bei wem ist wieder Razzia, Hypnotize Mafia? Meine Zeit, ja, sie läuft wie Barrette und aufs Wetter war als einziger Treu, hab zu viel Kreide verstreut, überleg dir zweimal, willst du mich als Fein oder Freund? Nehme dir alles weg, um jeden Preis, GMT oder Datejust, Oyster in Weiß, habe die Könnten mit dabei, ja, es sollte so sein, überleg dir gut, willst du mich als Freund oder Fein? Boah, mal wieder ein bisschen was Hartes, Alter. Junge, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet? Geiler Scheiß, Alter. Vom Beat her erinnert es mich so ein bisschen an diese... Ah, wie nennt man diese Musikrichtung, die KSI und generell so aus England die Leute machen, dieses so schnell und verrückte, nicht verrückte Drums, aber so anders gesetzt, nicht so Trap oder normal Hip-Hop gesetzt, sondern so der, mit dem ich bei Busy Mo im Studio war, der produziert sowas, aber Grime? Geht das in die Richtung Grime? Ja, irgendwie sowas, genau, genau. Und er meinte so zu mir, ja, Deutschland ist noch nicht bereit für sowas. Ich finde, das geht schon leicht in die Richtung, oder? Warte mal, Rap ist ein Großvater? Hatten wir das nicht bei Bushido vorhin? Ey, ich glaube, das ist eine Ansage. Ich glaube, das ist ein Diss. Ganz klar. Nach meinen Shows auf meinem Schoß. Ich finde, die passen unglaublich geil zusammen, die Stimmen. Patron und da dann. Unglaublich geil, wie die abwechselnd rappen und so weiter. Richtig Harmonie pur, würde ich das mal nennen. Boah, der Kopf hört gar nicht mehr auf zu wackeln, Alter. Rieflos langen, hinter Stacheldraht. Serviert von Gardi bis Kamerad. Fick Vater Stahl. Abgesagt sind die Brach. Angeklagt sind die Karte. Hardcore, fick den Knapp. Meine Gegend abgefahren. Hypnistreist Stuttgart. Kriminelle Hood, Mann. Seh dich um, dreh dich um, sonst hättest du wie Kultmann. Vendetter, Blutbad, wer will jetzt Stress? Extrem brutal, hoch aus Komplex. Dadi und Piam, komm auf G'self. Hörst du den Schuss? Kurs? Okay, das Video finde ich auch sick, Alter. Wirklich, ohne Scheiß. Passt unglaublich geil zu der ganzen Atmosphäre vom Beat, vom Song, von den Stimmen her. Auch lange nicht mehr so ein Refrain gehört, ne? So, wo ein Wort kommt und danach ist schnell gerappt und dann wieder sagt Boah. So, sowas auch lange nicht mehr gehört, Alter. Und jetzt geht das Ganze so ein bisschen in diese Dancehall-Richtung, aber genau das meine ich halt. Es erinnert mich wirklich an diese ganzen Dingens. An diese, wie heißt es? An diese Grime-Richtung, ne? KSI, wie gesagt, KSI ist jetzt nur das Beispiel, das mir jetzt so im Kopf bleibt. Aber ich weiß ganz genau, es gab so unglaublich krasse Dinger, die der Typ mir im Studio gezeigt hat. Und der hat halt selber solche Beats gebaut, mit einem, so, no disrespect an dem Produzenten hier, aber mit noch einem ganz, ganz anderen Niveau. Also ich muss den, glaube ich, echt mal ranholen und ich muss euch mal die Beats von dem zeigen, weil das war geistesgestört. Der hat Snairs in verschiedene Tonlagen gespielt und hat das selber so, so hart geistesgestört. So cool, dein Name GSM, Bentley, Lamborghini und so. So cool, ist deine beste Bro, denn die Garn macht dich kalt, dir ein Eskimo. So cool, ist deine große Liebe, nach meinen Shows, auf meinen Schoß. So cool, wenn you close the dust, 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 dust. Natürlich explodiert alles. Klar. War ein schöner Übergang zwischen den Parts, ne? Alter, Patron, muss ich auf dem Schirm behalten? Muss ich echt auf dem Schirm behalten? Der ist wahrscheinlich bei Hypnotize unter Vertrag, ne? Boah, könnte der härteste Song heute sein. Der, oder ich sag mal so, der am meisten nach vorne geht irgendwie. E Bis zum nächsten Mal.